Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute reden wir über das Thema Landschaftsfotografie. Dieses Mal gibt es den Part 2. Den ersten Teil gibt es bereits schon, den kannst du gerne nochmal nachsehen. Hier oben in der Infocard ist das Video verlinkt. Da geht es um die Grundlagen, wie ich sozusagen herangehe. Heute sprechen wir darüber, was in der Nebelfotografie wichtig ist. Also welches Equipment, was musst du in der Planung im Vorfeld beachten und was ist generell so ein bisschen grundlegend in dem Thema drin enthalten, was du bedenken solltest, wenn du gerne tolle Nebelfotos machen möchtest. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an mit dem Thema. Wie du siehst, bin ich heute hier draußen in der Natur und hinter mir ist ein Stausee. Das passt ganz gut zum Thema, denn um Nebel fotografieren zu können, braucht es Feuchtigkeit. Für mich ist das Ideal. Ich wohne gar nicht so weit weg von hier. Wenn du in der Stadt wohnst, musst du dir im Vorfeld natürlich Gedanken machen, welches Motiv du fotografieren möchtest. Und da kommen wir gleich zum ersten Punkt. Mach dir also Gedanken, was du wo und wann fotografieren möchtest. Und zwar musst du dir da genau Gedanken machen im Sinne von, möchte ich an einen Fluss fahren, möchte ich zu einem See fahren oder fahre ich in ein Waldgebiet oder in die Berge. Also das sollte von vornherein schon klar sein, welches Motiv es werden soll, damit du dich auch wirklich gut genug und zielgerichtet darauf vorbereiten kannst. Wenn dir klar ist, welches Motiv du fotografieren möchtest, dann empfehle ich dir im Internet nach dem Wetter zu recherchieren. Und zwar nach dem Wetter an dem Ort natürlich. Unter den hier aufgeführten drei Seiten, ich habe mal drei rausgepickt, da kannst du recht gut im Vorfeld dir deine Prognose heraussuchen. Ungefähr drei Tage im Vorfeld ist da auch sehr sicher, was den Niederschlag, was die Feuchtigkeit angeht, um recht gut vorbereitet zu sein im Sinne von, es ist sehr wahrscheinlich oder dann doch eher nicht wahrscheinlich. Zum Wetter und zum Standort musst du auch noch wissen, dass es sehr wahrscheinlich im Frühjahr und im Herbst ist, dass Nebel auftritt. Das heißt, in diesen beiden Jahreshälften ist es am sehr wahrscheinlichsten, dass du aufgrund des Niederschlages und der Temperaturunterschiede und der Schwankungen über Nacht Nebel am Morgen oder am Tag auftritt. Das heißt, im Sommer ist es zwar auch möglich und im Winter, aber am wahrscheinlichsten ist es eher in diesen beiden anderen Jahreszeiten. Das heißt, wenn du dir einen Spot rausgesucht hast, meinetwegen in den Bergen, dann solltest du auf jeden Fall im Frühjahr oder im Herbst dorthin fahren, dann damit auch planen, weil dann sehen Wahrscheinlichkeiten sehr hoch und du hast auch die Möglichkeit, wahrscheinlich länger im Nebel zu fotografieren. Und gerade im Sommer ist es oftmals so, dass wenn am Morgen Nebel aufsteigt, der sehr schnell weg ist, sobald die Sonne rumkommt. Wenn du also im Sommer eine regenreiche Nacht hast und am Tag war es sehr warm, kann es auch im Sommer Nebel geben, weil natürlich das Wasser zum einen aufsteigt und wenn es verdampft und zum anderen auch, weil du dadurch sehr hohe Temperaturunterschiede hast. Das gleiche gilt natürlich im Frühjahr und im Herbst, wenn dementsprechend an dem Tag und in der Nacht große Unterschiede in den Temperaturen sind und dann noch Niederschlag dazu kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du am nächsten Morgen Nebel hast. Also wenn es heute regnet und morgen früh ist aufgeklärter Himmel angemeldet, dann kann es sehr wahrscheinlich sein, gerade im Herbst, dass du dann am nächsten Morgen Nebel hast in einem Seegebiet, in einem Flussgebiet, in einer Aue oder in einem Wald oder natürlich auch in den Bergen. Natürlich gibt es auch von Gegend zu Gegend nochmal entsprechende Unterschiede. Es gibt Gegenden, die sind sehr prädestiniert dafür, dass du in der Regel sehr viel Nebel hast. Also beispielsweise in den Bergen ist es eher üblich, dass man dort tief hängende Wolken hat, dass dort selbst in den Wäldern sehr tief die Wolken hängen, dass dort Nebel fast jeden Morgen aufsteigt. Und dann gibt es aber auch Wassergebiete, wo das nicht ganz so oft üblich ist. Also beispielsweise hier im Erfurter Raum, erinnere ich mich, gab es letztes Jahr im Herbst eine sehr lange Zeit, wo viel Nebel in der Stadt sogar war. Das ist eher untypisch. Aber es trat letztes Jahr im Herbst auf und gerade in der Innenstadt, wo eigentlich kein Wasser weit und breit ist, da gab es auch dicke Nebelsuppen. Das ist eher untypisch. Natürlich musst du aber auch wissen, dass es in den Seegebieten, beispielsweise am Bodensee oder am Eibsee, dann doch sehr wahrscheinlich ist, gerade wenn es in den Bergen liegt, dass dann dort aufgrund der Temperaturunterschiede auch sehr schnell Nebel auftreten kann. Also fahr an die Gegenden, wo Wasser ist, fahr an die Gegenden, wo Berge sind oder wo große Waldgebiete sind, weil auch dort, wo Wasser gespeichert werden kann, beispielsweise im Wald oder in großen Auenflächen, da wird in der Regel auch am Morgen ein bisschen Tau sein und auch Feuchtigkeit aufsteigen, sodass du auch dort eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf Nebel hast. Kommen wir zum spannendsten Teil überhaupt und zwar das Thema Equipment. Was brauchst du für das Nebel fotografieren und was kann ich aus meiner Erfahrung empfehlen? Ich sage immer, dass es gut wäre, wenn du eine richtige Kamera am Sinne von nicht nur dein Telefon dabei hast. Das ist jetzt völlig egal, welche Marke, welcher Body, spiegellos oder mit Spiegel, whatever. Eine Kamera, die nicht dein Handy ist, fände ich für dich besser. Ich mache das in dem Fall nicht mit der Canon hier und zwar mit der Sony. Ich habe jetzt aber die Canon hier mal zur Hand und in der Regel macht das auch keinen Unterschied, welche Marke, wie gesagt. Ich empfehle dir auch im Vorfeld zu überlegen, welches Objektiv du drauf machen möchtest. Wenn du nur eins hast, dann hast du nur eins natürlich. Wenn du mehrere zur Verfügung hast, empfehle ich dir irgendetwas zwischen 24 und 150 Millimetern erstmal mitzunehmen. Natürlich kann man da auch noch mehr machen. Da gibt es auch kein richtig oder falsch, wie vielleicht bei der Portrait-Fotografie, wo es noch ein bisschen spannender ist und schwieriger ist. Ich finde hier bei der Landschaftsfotografie mit Nebel, da ist irgendwie alles erlaubt, was deinem Motiv dienlich ist. Also du kannst nur im Weitwinkel losziehen, 14-24 Millimeter oder 18-55 Millimeter oder eben auch mal vom 70-200 dann auch gleich auf das 200-600 Millimeter drauf gehen. Je nachdem, was du fotografieren möchtest, empfehle ich dir im Vorfeld erstmal zu überlegen, was du machen möchtest und was du überhaupt hast. Ich nutze in der Regel 24 oder 35 Millimeter standardmäßig für die Landschaftsfotografie, auch bei Nebelsituationen natürlich. Aber ich kann auch empfehlen, mal mit einem Teleobjektiv, das muss jetzt nicht dieses Jahr sein, das kann auch 100 Millimeter, 200 Millimeter sein, dann mal in die Landschaft hineinzuhalten, also da voll rein zu zoomen, weil da kannst du auch mal schön den Felsen freistellen, da kannst du Bäume fotografieren, da kannst du vielleicht auch Wildtiere, wenn du sie gerade siehst und das Glück hast, fotografieren. Also es lohnt sich vielleicht auch ein Teleobjektiv mal mitzunehmen, einfach um die Dramatik und die Schönheit im Nebel so ein bisschen noch vielleicht besser darstellen zu können. An und für sich ansonsten 24 oder 35 Millimeter sind in der Regel roundabout auf jeden Fall gut machbar und reichen auch für das meiste. Ich mache noch eins und zwar achte ich darauf, dass ich auf meinen Objektiven einen Polfilter drauf habe und zwar deshalb, weil ich mit dem Polfilter die Reflexionen von Oberflächen, also wo Feuchtigkeit oder Tropfen drauf sind, herausfiltern kann. Das ist mit Software im Nachhinein, mit Photoshop ein bisschen schwierig, geht vielleicht auch, mache ich aber nicht. Ich setze mir die Filter vorne drauf und nutze das dann gern, kann den aber auch umdrehen, sodass ich den Effekt nicht drin habe, wenn ich es nicht möchte. Lohnt sich aber vor allen Dingen für die Leute, die im Nebel fotografieren und gleichzeitig die Blätter fotografieren wollen, wo noch ein bisschen was mit Tropfen und Wasser drauf ist, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du das nicht kennst, probiere das unbedingt mal aus. Ansonsten kann ich nur sagen, vom Equipment her, lohnt es sich vielleicht auch mal ein Stativ mitzunehmen, wenn du länger belichten möchtest. Gerade am Meer kann man das machen, wenn du irgendwo einen See hast oder einen Fluss hast, der sich vielleicht auch bewegt, lohnt es sich länger zu belichten. So hast du zum einen die Dynamik vom Nebel drin, wenn der Nebel reinzieht und zum anderen hast du das Wasser quasi in Bewegung, was dann ein bisschen smoother ist. Das kann in dem einen oder anderen Fall dann doch auch ganz gut aussehen. Ich selbst benutze jetzt nicht immer Stative. Ich muss sagen, ich benutze sie nur, wenn ich dann gleichzeitig filme am Ort oder wenn ich wirklich geplant habe, länger zu belichten, wie beispielsweise mit Milchstraßen oder so. Dann kann ich auch sagen, dass Nebelfotografie für Drohnen nicht immer geeignet ist. Also alle, die jetzt denken, okay, ich fliege mit der Drohne los und fliege quasi über den Nebel, das funktioniert nicht immer. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das hat verschiedene Hintergründe. Zum einen weißt du gar nicht, wie hoch dein Nebel gestiegen ist. Also im Sinne von, deine Drohne darf gar nicht so weit aufsteigen oder kann gar nicht so weit aufsteigen, um über den Nebel drüber zu kommen. Dann ist es zum anderen auch schwierig mit der Orientierung. Also da möchte ich sagen, mach das in der Regel nicht nach, in den Nebel reinzufliegen, weil du dann gar nicht mal weißt, wo du bist. Die Drohne ist quasi orientierungslos und das Problem der Sensoren kommt noch hinzu. Diese Sensoren denken quasi die ganze Zeit, du stößt irgendwo an und sie melden dir eine Fehlermeldung, dass quasi ein Gegenstand in der Nähe ist. Einfach aufgrund der Feuchtigkeit reagiert dann die ein oder andere Drohne mit Sicherheit ein bisschen fehl. Also darauf achten. Wenn in deinem Gebiet Drohnenfliegen erlaubt ist, kannst du es natürlich ausprobieren. Ich würde allerdings ein bisschen vorsichtig machen, weil die Feuchtigkeit und auch die teilweise Orientierungslosigkeit ein bisschen schwierig ist. Das muss dann jeder für sich wissen. Ich möchte da jetzt keine Haftung dafür übernehmen. Demzufolge entscheidet bitte selbst nach eigener Verantwortung. Ich selbst würde es jetzt grundsätzlich nicht tun. Und noch etwas zum Thema Temperatur. Und zwar, wenn du im Nebelgebiet fotografierst, hast du in der Regel auch eine etwas kühlere Temperatur, als du es vielleicht am Vortag hattest oder einem anderen Spot. Das heißt, stell dich darauf ein, dass du eventuell niedrigere Temperaturen dann vor Ort vorfindest und zieh dich dementsprechend an. Also doch mal eine lange Hose anziehen oder eine Regenjacke mitnehmen, das schadet auf jeden Fall nichts. Gerade was die Feuchtigkeit und den Niederschlag angeht. Aber auch ein bisschen darauf achten, ob deine Kamera und dein Equipment auch dann wirklich wassertauglich geeignet ist. Im Sinne von, wenn dann doch mal ein Schauer kommen sollte oder wenn der Nebel quasi durch euch durchzieht, dann kann es auch mal ein bisschen feucht werden. Und wenn die Kamera das nicht ab kann, pack sie in den Rucksack oder in die Fototasche rein. Mach die Tasche erstmal zu. Und wenn du dann am Spot bist, dann kannst du sie auch immer noch auspacken. Und zum guten Schluss kommen wir noch zum Thema Einstellungen in der Kamera. Gleich vorweg, es ist egal, welche Kamera du dafür benutzt, also ob Canon, Sony, Nikon, Fuji, Pentax, whatever. Es ist völlig egal. Ich empfehle dir nur nicht unbedingt ein Telefon zu nehmen, sondern schon eine richtige Kamera dafür zu benutzen. In den Einstellungen musst du ein bisschen aufpassen, denn durch den Nebel ist alles sehr hell und sehr weiß. Das heißt, den Weißabgleich würde ich generell im Rohr erstmal automatisch lassen und erst im Nachhinein in der Bildbearbeitung korrigieren. Dann würde ich darauf achten, dass du vielleicht eine Halb- bis eine Blende überbelichtest. Einfach deshalb, damit du deine Schatten dir noch rettest. Das heißt, wenn deine Schatten noch hell genug sind, musst du sie nicht im Nachhinein aufziehen, sodass du dann dort Bildrauschen drin hast. Was in der Regel meistens gut geht mit den Kameras. Und eine Blendenstufe überbelichtet ist überhaupt nicht tragisch. Das kannst du in der Regel bei fast jeder Kamera, bei fast jedem Bild noch mal wieder nach unten regeln. Da musst du ein bisschen ausprobieren und ein bisschen spielen mit deinem Equipment, was du zur Verfügung hast. Ich selber, wie gesagt, handhabe es so, dass ich oftmals eine Blende überbelichte, einfach damit der Nebel schön weiß, schön hell ist. Den kann ich wieder runterregeln zur Not, aber der ist ja nun weiß. Und alles andere in der Landschaft, was Struktur hat, das ist jetzt nicht zu dunkel belichtet und passt dann trotzdem noch für im Nachhinein. So, ich fasse für dich alles noch mal zusammen. Also, du solltest zum einen dir im Klaren sein, was du fotografieren möchtest und wann. Dann sollte in der Regel dort in der Nähe auch Wasser sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch mal viel höher auf Nebel. Dann sollte vielleicht die Jahreszeit dazu passen. Also Frühling oder Herbst ist aus meiner Erfahrung heraus ideal für Nebelfotografie. Sogar vom Herbst in den Winter hinein, teilweise in den Bergen, passt das echt gut. Dann solltest du dir im Klaren sein, welches Equipment du mitnimmst. Also nicht nur dein Telefon, sondern vielleicht auch eine Kamera, die du dir ausgeliehen hast oder einfach einen Kumpel mitnimmst, der sowieso eine gute Kamera hat. Dann sollten die Objektive passen. Also das, was du damit natürlich erzielen möchtest. Nimmst du einen Weitwinkel mit oder einen Tele. Ich kann empfehlen, 24 bis 35 mm ist in der Regel ideal erstmal für den Anfang. Und dann solltest du dir auch Gedanken machen, wie du die Bilder im Nachhinein bearbeiten möchtest. Also nimmst du gleich von vornherein etwas höher und heller belichtet auf oder machst du es ganz normal, machst alles auf Auto. Geht natürlich auch. Hat vielleicht am Ende nicht ganz die Wirkung, die du möchtest, aber geht natürlich auch. Ja, und am Ende gilt es natürlich die Erfahrung mitzunehmen und das Ganze auch zu teilen. Also reflektiere dich ruhig ein bisschen, was lief gut, was lief nicht gut, was könntest du beim nächsten Mal besser machen. Oder vielleicht eine andere Location ansteuern oder vielleicht genau die Location nochmal ansteuern, bis du die Wettebedingungen hast, die du gern dort haben wolltest. Ich hoffe, ich konnte dir diesem Video ein bisschen erklären, worauf es ankommt bei der Nebelfotografie und worauf du achten solltest. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und ich hoffe, ihr könnt davon vielleicht ein paar Sachen beim nächsten Fotografieren im Herbst und im Frühling dann umsetzen. Eure Ideen und eure Wünsche sind natürlich herzlich willkommen. Ihr schreibt sie mir sehr gern hier unter dieses Video in die Kommentare, da freue ich mich auf jeden Fall wieder darauf. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann liked dieses Video, abonniert meinen Kanal hier auf YouTube und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!